So, herzlich willkommen zu Let's Play Cry of Fear. Beim letzten Mal sind wir ja abgeschmiert beim Verlassen des Apartments. Das hatte ich nur noch einen weißen Bildschirm. Das habe ich jetzt alles nochmal gespielt, weil ich habe ja nicht gespeichert. Das muss dann hier ganz zurück aus diesem Save Point. Ab jetzt mal gespeichert und jetzt kann es weitergehen. Wir haben jetzt glaube ich in der Tasche den Hall Key. Genau, wir haben jetzt auch schon die Waffe, auch schon den Quick Slot. Ja, dann gucken wir mal jetzt, wo es denn jetzt genau weitergeht. Ich habe wie gesagt die Waffe eingesammelt und den Schlüssel und bin dann schnell zurück zum Speichern. Aber wir gehen jetzt mal hier hin, wo ich jetzt herkam mit Schlüssel und dann werden wir auch irgendwo was aufschließen können. Okay. Ah ja, Hall Key. Genau, wir dürften jetzt hier raus können. Genau. Hall Key. Nutzen wir den mal. Ah, die kommen auf einen zu und wenn sie dich erwischen, platzt da eine Eisenstange. So, wohin? Alter, hast du viel Zaun? Okay. Notiz. Meine geheimen Notiz 3. Also, weil ich ein paar Kinder umbringen muss, habe ich den Lift in der Halle festgesetzt. Nur das Personal mit einem geheimen Code hat Zugriff. Ich schätze, kein Kind wird es herausfinden. Die werden einfach die Stufen nehmen. Ja, werden wir wohl auf. Guck mal. Wo kam das jetzt her? Okay, ich habe jetzt hier die Tür auf. Jetzt haben wir jetzt nochmal oben gekommen. Egal, lass uns mal hochgehen. Übrigens, ich glaube, bei Cryo 4 das erste Mal, dass man mich richtig sieht. Ja, genau. Die Option ist so gut, dass wir hochgegangen sind. Und zum ersten Mal sieht man mich besser, weil es jetzt etwas heller bei mir ist. Und diesmal nicht so halb zwei nachts. Okay, hier geht es sonst. Ah ja, hier ist dieses Keypad, okay. Gut. Wir haben hier aufgeschlossen. Werden wir jetzt hier weitergehen? Frage ist... Ich glaube, ich werde das mal so machen. Wer weiß, wer war er jetzt? Okay, rechts ist auf. Nichts, okay. Das wird schon bald nicht sein. Raum mit nichts. Na ja, gut. Hm? Wir haben hier aufgeschlossen. Was steht nicht? Hier war ich doch schon. Das ist doch die... Was muss ich doch denn hier aufgeben, wenn ich hier hin soll? Ich kann das aber kaum weiter nicht gesehen haben oder so. Tja, wenn ich da dicht wenigstens gehen höre, ne? Verstehe ich nicht. Das ist doch schon der Gang, wo ich schon mal war. Ja. Ja. Ja, genau. Hier ist. zurückgehe ich hab jetzt ja diesen holk habe ich ja nicht ich bin jetzt in drei sollen nach vier vier kommen dann gehe ich jetzt noch mal hier hoch genau, machen wir jetzt später gleich woanders runter naja, hier waren wir nämlich noch nicht da geht's rein da ist jemand Nummer 1 jetzt muss ich noch drüber merken ja vorerst flog ähm ok Geh ich scheiß auf die zwei Schoße, die jetzt wechselt. Weil ich dann doch lieber, ich hab keine Ahnung was kommt, dann hab ich lieber das Magazin voll. Ok, was haben wir denn jetzt? Die Zone? Ne, woher geht's nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich denke wir werden da nicht reinkommen. Ok. Gut dann, hier war nichts. Oh, hier sind jetzt schon mal eins. Hier ist auch nichts. Hier geht's rein. Ja, totally blocked. Hab ich gesehen. Ähm, ok. Gut, hier unten sind wir jetzt. Da geht's rein. Ok. Ja, vierte Etage, ok. Hier sollten wir ja hin. Meine geheime Notiz 4. Das letzte war echt gut. Ein Genuss umzubringen. Leicht mit meinem Messer zu schneiden. Wie Essen. Warte schon. Ekel. Ok, hier geht nicht rein. Willst du vorbeilaufen? Hier drehen. Nicht weiterlaufen. Oh, oh, oh. Ja, aber geht da nicht auch? Hier drin. Ich denke eher ekligerweise hier drin. Aber hier riecht nichts mehr rum. Was heißt? Oh mein Gott. Hat er alle Kinder rumgebracht? Shit. Oh. Oh nein. Oh. Did he do this to himself? Hm? There's a key in the bathtub. Das ist super. Oh. 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 sådan. Oh. Oh. Was war's also. Oh. 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 Ja gut, meine Freunde, der Nacht. Aha, Munition im Überfluss. Ein Seil. Ich guck jetzt noch mal eben. Hier war die Ekelsange. Okay, hier geht's nirgends rein. Gut, meine Lieben, dann machen wir jetzt hier einen kleinen Break. Ich speichere jetzt hier mal, was gönnen wir uns denn mal jetzt hier den Zweier. Saving process. Okay. Gut, und dann geht es hier gleich auch schon dann weiter. Bis später.